Willkommen bei ARS24.com. Heute mit dem Thema Lenkradfernbedienungsadapter und mit dem Tutorial, ich helfe euch weiter, wenn es klemmt. Und bei Lenkradfernbedienungsadapter klemmt es anscheinend relativ oft, obwohl es relativ leicht ist, das Thema. Aber es ist natürlich Technik und es gibt hier ein paar Kabel. Man muss wissen, was man tut. Dann ist es auch wieder relativ einfach. Wir kriegen sehr viele Anfragen am Telefon oder auch per E-Mail. Was muss ich wie anschließen, obwohl es relativ einfach ist. Wir erklären jetzt noch mal, wie so ein Lenkradfernbedienungsinterface funktioniert und wie man es anschließt und los geht's. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Lenkradfernbedienungsinterfaces für Autoradios, die eben nur ein Kabel haben, wo dann draufsteht Remote-Cont. Ja, das ist zum Beispiel jetzt die, Remote heißt Fernbedienung oder Fernbedienen. Das ist ein einziges Kabel. Oder es gibt Autoradios, die haben nur einen Klinkenanschluss. Das heißt, da steht dann auch schon irgendwas mit, was steht hier zum Beispiel drauf? REM, Remote, also Fernbedienen. Die zwei unterschiedlichen Anschlüsse gibt es an den Autoradios. Jetzt gibt es zum Beispiel hier haben wir einen Ford auf JVC. JVC, da ist immer eine kleine Anleitung mit dabei. Ford hat einen Quad-Lock-Anschluss am Fahrzeug dran. Das heißt, wir stecken uns hier aufs Fahrzeug drauf. Wir haben hier den neuen ISO-Anschluss für unsere Autoradios. Hier jetzt einfach nur der Anschluss für Strom und für Lautsprecher. So, schon angeschlossen. Das ist das kleine Lenkradfernbedienungsinterface. Da habe ich einen Ausgang. Das Kabel liegt ja bereits im Lieferumfang von dem Interface mit dabei. Und jetzt habe ich in dem Fall einmal Klinke und einmal freie Kabelenden Ausgang. Habe ich ein Autoradio von JVC zum Beispiel, das einen Klinkeneingang hat oder Ausgang, dann stecke das einfach noch bei Remote an. Und damit habe ich mein ganzes Autoradio, was den Strom- und Lautsprecher und die Lenkradförmung trifft, schon angeschlossen. Falls ich jetzt zum Beispiel ein Autoradio habe, das ein einzelnes Kabel hat, dann schaut es folgendermaßen aus. Wir docken uns ebenfalls mit unserem ISO-Anschluss direkt drauf. Jetzt können wir den natürlich überhaupt gar nicht verwenden, sondern neben eben den anderen. Jetzt habe ich hier, okay, irgendwie das funktioniert natürlich so nicht. Es ist ja auch nur vorbereitet. Es muss sich ja nicht zwangsläufig immer anschließen. Wir machen das Kabel erstmal dafür entsprechend bereit. Wo sind wir denn? Das ziehen wir da raus aus der Lasche. Und wir legen jetzt ab sofort grundsätzlich immer bei solchen Anschlüssen solche Quetschklemmen mit dabei. Da wir wissen, dass nicht jeder so eine hochwertige Kabelquetschzange mit dabei hat, zeige ich jetzt euch mal einen ganz kleinen Trick, aber mit viel Gefühl bitte. Man hat es ja jetzt so reingesteckt. Ich sehe auch diese diese Litzen bereits hier wieder rauskommen und jetzt nehme ich halt ganz vorsichtig einen Seitenschneider und quetsche das zusammen mit so viel Gefühl, dass ich es eben nicht abquetsche. Also damit haben wir unseren Pin hier drauf gedockt und stecken das jetzt zusammen. Der wird in dem Fall nicht benötigt. Wir schmeißen alles hinten in den Kabelschacht mit rein und damit ist auch dieses Radio mit angeschlossen und eben da mit dieser Quetschverbindung. Wer sich also jetzt die Frage stellt, brauche ich jetzt noch einen ISO-Stecker oder nicht? Nein, ein Lenkradinterface von ACV, so wie wir sie anbieten, beinhaltet jetzt genau diese ISO-Adaption auf das entsprechende Fahrzeug, auf ISO, auf mein Autoradio und ich brauche also keinen weiteren ISO-Anschluss mehr. Wie finde ich meinen Adapter, den ich jetzt für mein Fahrzeug und für mein Autoradio brauche? Ganz einfach, wir haben euch auf unserer Webseite bei jedem Produkt, also wenn ihr ein Pioneer Autoradio zum Beispiel anschaut, dann ist in der Detailbeschreibung eine kleine PDF, ein Bild von einem PDF. Das einfach anklicken und da kommt ihr automatisch in die Liste rein, zum Beispiel jetzt für Pioneer und da könnt ihr so lange durchscrollen, bis ihr das Fahrzeug gefunden habt, dass ihr fahrt zum Beispiel jetzt eben ein Ford Focus Baujahr 2003 und klickt den dann rechts dran wieder an, da könnt ihr dann direkt auf den Artikel draufklicken, kommt praktisch in den Shop wieder zurück. Da steht dann auch mit beschrieben, ob dieser Adapter zusätzlich dann zum Beispiel für Navigationsgeräte den Speedpuls oder den Rückwärtsgang noch mit ausgibt aus dem CAN-Bus ausliest oder eben auch nicht oder was das Gerät sonst noch alles auf der Pfanne hat. Also das, was wir bis jetzt angeschlossen haben, ist auch irgendwie wirklich relativ einfach. Das sollte man jetzt nach dieser Kurzanleitung alles hinbekommen. Wir haben auch noch festgestellt, dass ACV in der Anleitung für Geräte, wo CAN-Bus-Controller mit integriert haben, eine falsche Bezeichnung von der Kabelfarbe drin haben. Die sind nämlich, nehmen wir mal gerade den Adapter her, meine Frage war vorher, was macht dieses gelb-rote Kabel hier dran? In der Anleitung steht drin, dass es überhaupt gar kein gelb-rotes Kabel gibt. Das ist nämlich gelb-grün oder irgendwie sowas. Das ist auch ein Tippfehler, der wird dann demnächst mal ausgemärzt von ACV, aber die aktuellen Anleitungen haben halt alle noch den Fehler drin. Also, noch mal zum allgemeinen Verständnis, kommt noch ein zusätzliches Kabel raus zu meinen üblichen Anschlüssen, die wir eben gerade schon angeschlossen haben. Dann ist es einmal ein weißes Kabel, das gibt den Rückwärtsgangsignal aus und ein gelb-rotes Kabel, das ist das Speed-Signal, also für Navigationsgeräte, damit das Gerät dann weiß, wie schnell bin ich gerade in dem Fahrzeug unterwegs, um entsprechende bessere Kalibrierungen zu machen. Es gibt natürlich noch viel mehr Anschlüsse, was heißt viel mehr ist es eigentlich gar nicht, aber es gibt natürlich doch noch Unterschiede. Ich habe zum Beispiel Fahrzeuge wie hier, was haben wir jetzt hier zum Beispiel einen BMW mit Park-Sensoren. Ich habe also jetzt hier meinen Quad-Lock-Anschluss und ich habe Park-Sensoren drin, die bieb-bieb-bieb machen, wenn ich rückwärts oder vorwärts an die Mauer hinfahre und das sollte natürlich danach noch genauso funktionieren. Und dafür gibt es dann eben speziell auch diese Geräte. Auch das steht in dieser PDF mit drin, was was kann. Und hier bedarf es natürlich dann etwas mehr. Wir haben einmal den Quad-Lock-Anschluss, um auf das Fahrzeug drauf zu adaptieren. Dann haben wir unser eines Kabel, wo wir dann eben auf die Lenkradverbedingung vom Autoradio gehen. Und wir müssen zusätzlich in dem Fall noch eine Dauerstromversorgung auf dem OBD-Stecker vom Fahrzeug mit drauflegen. Das ist in der Anleitung dann aber noch mal ganz genau geschildert. Und damit funktioniert das dann auch wieder mit dem bieb-bieb-bieb. Jetzt schauen wir noch mal schnell nach, was die drei Kabel hier noch zusätzlich mit ausgeben. Und dafür nehmen wir gleich mal die Anleitung her. Wir sehen jetzt hier den Quad-Lock-Anschluss vom Fahrzeug und der geht erstmal in den CAN-Bus, in die Blackbox rein. Und diese Blackbox liest uns noch eben zusätzlich Signale aus, wo ich dann eben hier, wie Pink beschrieben, auch den Speedpuls ausliest. Das lila Kabel, das macht dann den Rückwärtsgang. Und die Parkbremse, also die Handbremse, ist nochmal dieses grüne Kabel. Ist also alles hier Zusatzinformation, wo ich dann eventuell brauche, wenn ich eben eine Multimedia-Einheit mit TFT-Bildschirm oder eben sogar eine Navigation installiere. Hier in der Hand habe ich jetzt einen Lenkradvermittlungsinterface für Mercedes. Hier ist es folgendermaßen, wir beschäftigen uns gar nicht mit dem Lautsprecherkabel, sondern hier wird nur der Strom entsprechend bearbeitet. Und das Lautsprecherkabel bleibt unverändert und kann ganz normal wieder zusammengesteckt werden. Was wir jetzt hier haben, ein 10-Pol-ISO-Stecker, wo wir den CAN-Bus abgreifen. Den brauche ich auch bloß aufstecken. Wir haben einen Stromanschlussstecker, da gehen wir auf den Stromstecker vom Fahrzeug drauf. Das ist ja bereits ein ISO-Stecker und haben wieder einen ISO-Stecker. Aber eben zwischendurch unser Lenkrad-Firmedienungsinterface, wo entsprechend mit den Fahrzeugdaten und dem Strom gespeist wird. Und hier ist unser Anschluss wieder für ein Autoradio mit einem PIN-Anschluss, wie wir eben verbinden können, wie wir es vorhin schon mal gezeigt haben. Zusätzlich auslesen tut jetzt dieses Interface mit diesem gelb-roten Kabel den Speedpuls und mit dem weißen Kabel den Rückwärtsgang. Es gibt noch Fahrzeuge, wo zusätzlich ein Soundsystemadapter notwendig wäre oder auch ist. Dafür wird man dann nochmal einen extra Videoclip drehen, wo es dann genau um dieses Thema geht, eben Lenkrad-Firmedienungsadapter mit einem zusätzlichen Soundsystemadapter zu kombinieren. Das wird dann schon etwas umfangreicher, auch vom Anschließen her. Es bleibt durchschaubar, aber wir gehen nochmal konkret ins Thema. Wenn trotzdem alles richtig angeschlossen ist und ihr sagt, nein verdammt, mein Interface funktioniert immer noch nicht, gibt es noch die Möglichkeit, dass sich das Interface vielleicht durch doch irgendwie eine kleine Spannung oder was aufgehängt hat. Was machen wir? Wir klemmen die Batterie ab, lassen die Batterie erstmal 10 Minuten komplett abgeklemmt, dann klemmen wir die Batterie wieder an und lassen die Zündung aus. Also nicht gleich einsteigen, wieder anmachen, sondern Zündung auslassen. Ihr nehmt eure Fernbedienung oder eure Zentralverriegelung, macht die zu und lasst das Auto erstmal 20 Minuten in Ruhe stehen. Danach Zündung wieder anmachen, also einsteigen vorher, Zündung anmachen und schauen, ob die Funktion funktioniert. Wenn dann tatsächlich irgendwas immer noch nicht funktioniert, nehmen wir natürlich dieses Interface auch wieder zurück und versuchen eine andere Lösung zu finden. Ansonsten gilt zum Sagen, wenn wir das Gerät das erste Mal installieren, dieses Interface, unseren kompletten Kabel-Kit, wäre es sehr sinnvoll, nein, es ist nicht nur sinnvoll, es muss sein, Batterie wegmachen oder auch das Gerät unter stromlosen Zustand montieren. Also das mache ich wirklich in dem Moment, wo ich die Batterie den Minuspol wegnehme, dann ist das ganze Fahrzeugstrom los, dann kann ich hier erstmal alles montieren, fertig machen und meinen ISO oder Quad-Lock Anschluss ans Fahrzeug anstecken und dann mache ich die Batterie wieder dran und habe den ganzen Strom drauf und dann funktioniert auch in der Regel mein Lenkrad-Fernbedienungsinterface. Juhu, ist doch ganz einfach so ein Lenkrad-Fernbedienungsinterface anzuschließen mit ARS-Einbaututorials. Wir helfen euch weiter, wenn es darauf ankommt. Das wichtigste Werkzeug vor dem Kauf ist natürlich unsere PDF-Liste, wo ihr euer Fahrzeug entsprechend auswählt und bitte aufs Baujahr achten, alles andere ist dann eigentlich fast ein Kinderspiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Olli, bis dann. Ja, ja. Ja, ich bedanke mich für die hat. Bis zum nächsten Mal.